Wann will ich jemanden in den Brauch räumen? Ja, er wird sich ja melden, wenn hinten es zu eng wird. Sind ja überall. Ja, geradeaus direkt. Geradeaus direkt. Geradeaus direkt. Hier steht doch immer irgendwo. Hier ist es auch um dich. Das Modell kenne ich mir jetzt sowieso. Das ist eine starke Ausführung. Wenn gar das nur das Einstiegsmodell, müsste man sich aber ausrechnen. Genau. Also wir würden uns, wenn wir zurückkommen, ein Kaffee trinken. Und dann würden wir einfach auch mal... Na, dass es da recht frei ist. Also das ist so. Dann würden wir einfach mal das Auto das mal konfigurieren. Dann würden wir mal anschauen, was es dann kosten würde. Das Basic-Modell. Wenn wir das Modell 3 richtig 5.000 bedürfen, dann haben wir 50.000. Komm, schätze ich mal. Das kann ich nicht sagen. Das wissen wir nur nicht. Dann fahren wir nach vorne halt perfekt. Ja, was sagst du vom Fahren her? 1A. Fährt sich mit der Auti. Ja. Wo müsste sich erst... Oh, shit. Was ist das? Was meinst du? Na, wenn der an den Kopf oder nicht? Kann ich ruhig fahren. Kann ich da hinten fahren? Ja, ja, klar. Alles gut. Also die Bremsen sind gut. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ja. Ja. Bei Passat brennt es nicht ganz so toll. Ah, da sind wir auch hergefahren. Genau. Das sind wir. Und runter, genau. Alles ist ja gut. Boah, etwas super.